Es ist einfach ein cooler Job. Man lernt viele neue Leute kennen. Die Ausbildung heißt Anlagenmechaniker SHK, Sanitär, Heiz und Klima. Ich habe mich dafür entschieden, weil das einfach ein Beruf ist, der mir Spaß macht, der mir gefällt, der vielseitig ist. Der Job als Anlagenmechaniker ist absolut zukunftssicher. Wir haben eine bunt durchmischte Truppe, in die alle Spaß an ihrem Job haben. Wir bieten den Leuten attraktive Arbeitskleidung, super Werkzeug, attraktive Autos. Es gibt noch etliche Möglichkeiten, irgendwie aufzusteigen oder andere Positionen zu übernehmen. Man kann auch sich noch spezialisieren auf dem Bereich Heizung oder Sanitär. Wir ermöglichen jedem Mitarbeiter, sich weiterzuentwickeln und in der Firma zu entfalten. Durch neue Technologien wie Brennstoffzelle und Lockheizkraftwerke beteiligst du dich aktiv am Klimaschutz. Und wenn du Interesse an einer abwechslungsreichen Ausbildung hast, dann bewirb dich bei SHRETA. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Wir freuen uns auf deine Bewerbersicht. Wir freuen uns på uns auf deine Bewerbung. Wir sa oops die jemaken.